Es folgt eine Hommage an den echten Gangster. Streamer-Edition. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich habe ein Starting Screen und lasse Leute 15 Minuten auf mich warten. Ich bin ein echter Streamer. Ich habe nur ein Donation Panel. Ich bin ein echter Streamer. Ich baite Hypetrains. Ich bin ein echter Streamer. Ich benutze Streamlabs. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich habe das beste Equipment, bevor ich überhaupt angefangen habe zu streamen. Ich bin ein echter Streamer. Ich mache Werbung für mich in anderen Livestreams. Ich bin ein echter Streamer. Ich habe ein Twitch-Kissen. Ich bin ein echter Streamer. Ich mache alle meine Zuschauer zu VIPs und Mods. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich rede nur, wenn jemand schreibt. Ich bin ein echter Streamer. Ich spiele Among Us. Ich bin ein echter Streamer. Ich streame mit Chartmusik. Ich bin ein echter Streamer. Ich schicke kommentarlos Einladungen zu meinem Discord-Server. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich erwähne alle fünf Minuten Twitch Prime. Ich bin ein echter Streamer. Ich habe ein Stream-Deck. Ich bin ein echter Streamer. Ich sage auf allen Socials, dass ich live gehe. Ich bin ein echter Streamer. Ich mache Werbung für Gaming-Booster. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich mache Follow für Follow. Ich bin ein echter Streamer. Ich habe einen Bot, der alle begrüßt. Ich bin ein echter Streamer. Ich liebe RGB-Beleuchtung. Ich bin ein echter Streamer. Ich reaktere auf Videos, ohne etwas zu sagen. Was willst du tun? Ich bin ein echter Streamer. Ich habe ein SM7B. Ich bin ein echter Streamer. Ich rede in Emotes, Kappa. Ich bin ein echter Streamer. Ich sammle plötzlich Pokémon-Karten. Ich bin ein echter Streamer. Ich nenne meine Zuschauer Chat. Was willst du tun? Vielen Dank.